Was wollte ich jetzt noch? Ja, sowas zum Beispiel. Wie wärs so? Ja, komm. Hier, da. Ja, da haben wir einen 1010, das ist auch wurscht. Ja, es geht nicht, das Decken. Ja, es ist nervig, wie es ein 50er ist. Wax. Whatever. Das war mal egal, dass ich nicht mehr nerven. Na ja, ich versuch mal nicht noch hinzuhören, dass sie mir andauernd ins linke Ohr klopfen. Ja, das war eine tolle Idee mit denen. Es regnet hier, die Moppen klopfen, wo sie klopfen hier rückwisch immer lauter ins Ohr und immer mehr. Ah ja, ich weiß, es war höchst spannend, was ich da mache. Aber wir haben es gleich hinter uns. Hä? Wieso ist noch schon wieder die Fette? Ich schätze nicht. Ach so, weil ich wahrscheinlich die Bomben hochgenommen hab und dadurch nicht alles in den Taschen war. Whatever. Äh. Oh, die Bauer-Mann. Kann zwar schon welcher an Ersatz. Von den Bauer-Mann. Aber das war wirklich. Ja, hier, Moonchell, weil die Dinger heißen, mit Moonchellern in ihrem Arm. Ja, Unicorn Horn. Dawn On Moon. Good Moon. Da hab ich ein Hüpfen gesehen. Mal gucken. Ja, das muss ich auch noch mal anders machen. Das Geräte. Das Geräte. Das Geräte. Das Geräte ist da eng doof. Ja, genug hier. Da sind ja... ...Wirrwölfe geplättet. Ich hätte was angefrocken. Ist ja nicht so, dass sie nerven. Ja, komm. Ist der scheiße Beirat. Aua. Kopfschmerzen. Ja. 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 Dann müssen wir es leider so machen. Find das sicherlich noch irgendwo. Wenn was auf dem Schnelldurchlauf versteckt. Keine Ordnung. Das kann ich ja noch mal schnell gucken gleich. Ich kann es auch da machen. Vielleicht habe ich ja tatsächlich mehr das Schnelldurchlaufstück unabgelegt. Gucken wir uns die Klappe nochmal an genau. Nerv Pot. Falls zufällig ein Wurm uns über den Weg läuft, nehmen wir den natürlich noch mit. Aber ich gucke nur einmal rum. Nö, haben wir hier wohl nicht abgelegt. Komisch, komisch. Ja, finde ich schon sicherlich noch raus. Ja, ist nichts. Keine Kiste. Keine Tresur meine ich. Na ja, wir fände ich schon raus. Nö, da ist ja kein Schalter davor. So, jetzt geht es nicht auch mal. Haha, weg. Äh, weg ist wohnt. Äh, weg ist wohnt. Äh, ja. Weg ist weg. Werden wir sowieso gleich wieder was massig finden von. So, erstmal... Ein paar davon in die Kiste tun. Hilft ja alles nichts. So, das können wir erstmal verlassen. Gut. 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 Ich hoffe ja immer noch für den zweiten... Ach, das war so eine Kiste, so eine Truhe da drin. Das kann weg, das kann auch weg. So, bevor wir hier weiter irgendwelche Wölfe... Okay. Oh, Wölfe. Ah ja, genau das. Na gut, okay, verplämpeln wir doch noch mal die Zeit, die Sachen wegzustecken. Nein, meine Presse stelle ich mich grad an. Kann ich da nicht die ganzen Excessities? Ne, die hatte ich oben. Äh... So... Äh, hm... Doch, ist richtig so, fast. Äh, ja, Titan Glove konnten wir aber nicht wegpacken, weil... und so. So. Gut. Und es ist vieler Tag geworden, also müssen wir uns auch nicht mehr um Wölfe Sorgen machen. So, den nehmen wir mit. So, ich logge mich mal aus. Lass die Aufnahmen noch weiter, es gibt gleich einen kurzen Cut danach. Wir sehen uns nach dem Cut. Sag mal bis gleich. Und weiter geht's. Stimme müsste ich eigentlich noch aufnehmen. Ja. So. Hab grad die Gelegenheit um, dass ich umlocken will, mal genutzt. Um zu und so. Natürlich ist mir eingefallen, dass ich nix dabei hab, um mich hochzubauen. Macht aber alles nix. Wir bauen ja eh gleich was ab. Jetzt wollte ich noch was anderes gucken. Bevor ich anfange mit den... Das ist nur vier. Nee, fünf. Ja, bevor ich damit anfange, wollte ich mal was gucken. Dazu muss ich natürlich rüberfliegen. Und weil's so schön ist, hab ich mal wieder Lust mit die Flügel anzugucken. Ja, einfach mal so durch die Gegend fliegen. Und zwar wollte ich mal ein bisschen was kaputthämmern. Wir haben ja kürzlich den Hartmut hier freigeschaltet. Dann wollte ich mal gucken, vielleicht hab ich ja Glück und es ist Kobalt in der Welt. Sofern ich's natürlich aktiviere. Wenn nicht, ist auch egal. Weil ich will vielleicht mal nur, um mal zu zeigen wie's aussieht, die Kobaltrussi bauen. Und passen dazu mal die Kobaltrussi samt... Äh... Harpinflüge anklünden. So... Ja, hier sind wir eigentlich schon richtig. Egal. Machen wir erstmal hier runter. Hier ist natürlich Sackkasse und so. Ja, ich will jetzt nicht daran rumkloppen. Bisschen Geld nehmen hier. Farben können wir auch. Oah... Ja... Hier geht's auch nicht weiter. Äh... Ja, egal. Irgendwo geht's schon von so lang, ohne dass wir da uns durchbuddeln müssen. Hmm... Hm... 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 Aha... Ja, doch da. Ha. Palladium, ne Tasse, Mitril, Adamotit, was war das mit einer Hänge, hm, ja super, aber egal, komm, wir machen das trotzdem jetzt neunmal, Palladium, was ist, boah, das ist ja immerhin Adamotit hier, Palladium, Mikril, Adamotit, ja, erinnert mich noch, dass kein, äh, sobald ist, aber egal, ja egal, es ist gut, dass wir das mal geklärt haben, jetzt wollte ich aber da hoch, da muss ich doch locker rankommen, naja, das ist auch über den Dingensinn, Dingensinn, wer kennt das nicht, das werde ich jetzt mal aufbewahren, weil ich vielleicht mal den Dingstar rufen will, so, die wollen wir jetzt abbauen, da bekommen wir ja auch nachher Material zum Dingen, doch, das kann man so machen, so, so, kurz was hier, ne, weg machen tun, ja, angeln will ich hier nicht, ne, ist alles richtig so, die muss ich ja auch aufbauen, hallo, Loot all, geht noch, das kann weg, auch, Seile haben wir auch, das ist schön, und weiter geht's, achso, ja, erstmal einsammeln, dass möglichst nichts verloren geht, und da haben wir auch Bäume, und, also holzmannig, das müssen wir noch einsammeln, damit nicht verschwunden, verschwunden geht, verschütt geht, so, also die spawnen und so, ja, da sind die Taschen wieder voll, das ist doch mal schön scheiße, schön scheiße, genau, äh, Silver Bullet, das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein, direkt, das kann da rein, Oh, die Horseshoe, davon haben wir wahrscheinlich auch mehr als genug, Lettbar, ok, oh, behalte ich mal, Gravity Banner, Das kann ich auch alternativ bei der einen Hütte verwenden, hm, mal kicken, Dirt Block, das auch mal hier, Econ, wie wünscht, das ich mal hier, so, eins davon nehmen wir uns, um uns hochzugraben, so, weiter, ja, Ja, das machen wir jetzt so, so weiter geht's, wollte ich sagen, So, Safe wieder eingesammelt, Dann nehmen wir uns einfach mal selbst, geicheln, Neuer Zombie, Neuer Zombie, Komm da mal raus, Hm, Ich denke, was ist runtergefallen, aber das hätten wir auch später aufsammeln können nicht gehen, Ja, der Zombie-Kopf ist runtergefallen, ganz tolles Kino, Ja, Very Great Cinema, so, So, Erstmal weiter kommen, Und währenddessen können wir jetzt mal ein bisschen was einsammeln, Hoppala, so, 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 holen wir mal den kleinen wieder raus, wenn wir da hier, So, So, Und weiter Bomben, So, So, das können wir so abbauen, So, das können wir so abbauen, Das auch, Ups, So, den machen wir nochmal mit der Bombe, So, Ah, Achso, Yo, Und so, Jut, einsammeln. Naja, ist ja genug Platz. Ja, einsammeln ist eigentlich die Bombe nicht mehr. Aber so können wir natürlich auch Zombies killen. So. Ja, den Hamster sage ich schon den Hasen, Paninchen, whatever. Bunny, Häschen, whatever. Wollte ich jetzt nicht killen. Aber ja, egal. Alles ist über potenzielle Bedrohung nach dem Motto. Oh. Brasshopper mitnehmen. Ach, Feather. So. So, gut, hier sind wir durch. Äh. Ja. Whatever. Also, das war schon das kleinste. Warum ich das jetzt mache, keine Ahnung. Weil es sieht doof aus sonst. Und weil es völlig sinnlos ist. Ja. Ja. Ach ja. Ja. Äh. Ja. Äh. Ja. Es hat zwar einiges an Wolkenmaterial. Da. Äh. Aber. Da. Da die Wolke wohl. Ja. Nicht nur wohl. Die wird natürlich. Ordentlich groß. Und. Bevor wir zwischendrin da nochmal hin müssen, mache ich es lieber vorsorglich. Das Wort habe ich gesucht. Gut. Ähm. Ja. So. Machen wir es mal so. So. Was haben wir denn da gehabt? Egal. Ist das nicht irgendwie schneller vielleicht? Na egal. Vielleicht reicht es schon. Sieht gut aus. Ja. Geschafft. Das ist auch eine größere Wolke. Nicht nur eine höhere. Sondern auch eine größere. So. Und hier arbeite ich mal mit Bomben weiter. Autschen. Oh. Was geht das mal los? Die Wolke ist eindeutig zu hoch. So. Vollschreibierin. Wie die ist. Dingenschen. Gedönschen. Ehhh. Oh. Smart Computer. Lug all. Natürlich bin ich alles raus. quick stack das ist am anfang so hat sie können weg der kann weg dörte blöcke wo du kommst weg dörte blöcke sind auch weg auch da rein das kann weg behalte ich jetzt ausnahmsweise